Kommt langsam wieder, oder? Was soll ich denn machen? Ich muss das Muster nachmachen. Ach, L1, ich drücke die ganze Zeit R1. Ich drücke die ganze Zeit R1, links, rechts, 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 die ganze Zeit R1 gedrückt. Oh, oh, hat keiner mitbekommen, oder? Okay, wenn der L1 steht, soll man L1 drücken, nur mal als Tipp. Oh, ich bin ausgestiegen. Ah, ich hab Y, ich depp. Wieso habe ich Y gedrückt? Ich depp. Auf, falsche Waffe. Fuck! Fick, ey, scheiße. Scheiße! Ah, fuck. Fick, Mann, fang, 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 fang! Scheißschnelle, ey! Kotz mich an, weil so 15 verschiedene Leute kommen und du immer weniger Muni hast. Ficken, ey, ohne Scheiß. Scheiße, Mann! Ich will einfach nur Spaß haben! Komm, wir fahren nochmal runter. Okay. Nice ride. Wie komme ich denn aus dem Kreis rausgehen? Die Kalle ist durch. Oh, dicker. Dicker, 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 dicker. Komm, 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 die Cops kommen! Danke, Mann! Danke, Mann! Danke, Mann! Danke, Mann! Alter, 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 ey! Der hat die Kalle vom Sandwich gekauft! Boah! Hauptsache nicht ballern, oder? Boah, was ist das? Stresst mich jetzt schon, das Käm. Klassische Erdkonsatz nach einer Minute. No! He helped me with... Äh... Mama? Komm, warte ich einfach auf das nächste Taxi. Das ist schon ganz schön weit. Oh! Ey, warte mal. Ey, warte mal. Seht ihr das? Fuck, ich komm nicht dazu, weil ich da klemme. Schau mal, ich klemme, ich klemme, ich klemme. Schau mal, jetzt backe ich. Ich backe, ich backe! Ich backe! Ich backe! Nein, ich backe! Ich backe! Oh Gott! Aber geile Missions. Ich mag sowas schon. Oder nicht? Nein! Scheiße, Mann! Da kommt dieses Wichs-Gesicht mich von hinten stechen, oder? Krass, oder? Stell dir vor, ich springe und dann lande ich direkt auf so'n Midi-Pack oder so. Krass! Nö! Ja! Tja, Tja! Wo ist denn jetzt dieses doofe Teil? Oh Mann! Hey! Awww! Ich will halt mal Tageslicht spielen. Nicht im Scheißdunkel rumlaufen. Kann man mal ein Spiel machen, wo man... Ein Spiel, wo ich im Tageslicht rumlaufe. Nicht immer diese Scheißdunkelheit. Ich hasse das. Ich mag keine Dunkelheit. Ich lebe doch nicht in Mallorca, damit ich immer Dunkelheit sehe. Fuck, ey. Was ist das denn, ey? Schau mal, jetzt habe ich den Immun... Ich habe Rage-Modus. Nicht sterben, nicht sterben. Wenn ich jetzt Rage... Ach, komm mal! Jetzt musst du die ganze Kacke noch mal machen. Was für eine Scheiße! Ne, dabei noch nie. Wo habe ich ihn denn? Habe ich ihn nicht auch hier? Ich habe den Burger Shop, motherfucker. So, Florian has changed? Yes. Florian, open the door. Florian! I've come for you, Florian. Florian. What the fuck? Yes, he told you. Nico? Lass ich dich gehen. Was laberst du? Gewissensfrage. Ja, Mann. Oh, Gott. Danke. Ich wusste, du würdest Gnade mit mir haben. Ja, klar, Mann. Gnade? Ich wollte nur nicht... Du bist so ein Ehrenmann, Erkan. Hey, Stefan. Sorry. Was war denn das jetzt hier? War denn das jetzt hier? 5.